Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du solche Lauchzwiebeln bzw. Frühlingszwiebeln eigentlich selber richtig schneiden kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir mal ein Schneidebrett, die unter klarem Wasser gewaschene Lauchzwiebel und vor allem auch ein scharfes Küchenmesser, denn mit einem stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Oftmals ist die äußerste Schicht bzw. der äußerste Stängel hier oben schon relativ angetrocknet, dann sollten wir diesen erst einmal entfernen. Hierfür, am besten mit einem kleineren Küchenmesser, einmal die Lauchzwiebel hier leicht anschneiden, geht mit einem großen natürlich auch, doch mit dem kleinen hat man einfach etwas mehr Gefühl und dann kann ich auch schon diese äußerste Schale einfach einmal herunterziehen und auf die Seite legen. Jetzt die Wurzel hier unten entfernen und auch dann, wenn wir die Lauchzwiebel umdrehen, einmal hier oben etwas abschneiden, da die Enden meistens schon leicht angetrocknet sind. Danach können wir auch schon mit dem Schneiden beginnen. Ich schneide immer relativ gerne so leicht diagonale Streifen runter, finde ich einfach optisch schöner und fange auch immer beim Grünen vorne an. Solange es übrigens nicht anders im Rezept drin steht, kannst du den weißen sowie auch den grünen Teil hier oben von deiner Lauchzwiebel verwenden, denn beides ist essbar und somit haben wir diese Frühlingstwiebel hier auch schon richtig geschnitten. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein hochwertiges Küchenmesser, solche Kochhandschuhe oder auch ein Profi-Schneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du also solche Unterschieden dir zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Bis zum nächsten Mal.